Hallo, Willkommen, Buenos Dias, Dobridjen, Bienvenue, Good day, We play again Medieval Dynasty. Let's load, oh, Fatal Error, Crash, nice, a good start, it's a crash. Let's load again, Hazan, hello, welcome, how are you doing? Loading, Loading, Loading. Okay, let's load this safe. Okay. Okay. We have to check something. I have no idea what we have trying to do. Last time. Let's see. I guess we cannot sleep. Yes. It's true. Then we go and try to get more. People to the village. You have always something to do. Let's go. 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 Instant gold incoming. Jdmp, hello, willkommen. Instant code. Hello, ich bin Alwin, ich erkenne dich nicht, bist du neu hier? Ich kam aus den Sieben hierher, bin auf der Suche nach neuen Art für mich selbst, wo ich ein neues Leben beginnen kann. Nun viel Glück. Jeden Tag bearbeite ich Felder, tagtäglich tue ich das selbe Jahr für Jahr. Langweilig esse ich nicht, wenn ich du wäre, würde ich vor langweilig sterben. Natürlich langweilig esse ich mich. Lange kann man im Leben immer dasselbe tun, aber die Familie braucht meine Hilfe und ich gebe mein Bestes. War ich dich beleidigt? Entschuldigung, es ist in Ordnung, warum rein ist der Griff meiner verdammten Sense gebrochen. Jetzt dauert die Ernte noch länger. Ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Okay. Ich liefere Alwin ein Stock. Ein Stock. Ein Stock. Yankemi. Garf Money. Jay ваш, an 500 mm. Heißt noch, wie ich meine resultatel bin,思avaitkoron ist. Wie ist er füriot finance? Ich finde, würde ich nur hook des Betredner. Warte auf den nächsten Tag. Okay. Ach man, immer, immer habe ich den falschen Punkt. Auch nicht. 2. Hast du ein Moment Zeit, hast du einen Wege Tipps. Plus 5. Okay, better than nothing. Minus 5. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 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 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 7. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. Okay. Dann haben wir noch irgendwo einen Stumpf. Oh, was? Unreife Bäre. Okay. Then we have to wait for the next day. Okay. 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 So next day we have summer. And the. Fuff. 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 Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, and the carrots! numm 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 ähm 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 einfachere Tasche ähm ähm what? no oh okay let's see cool no im frühling gepflanzt im sommer geerntet werden, okay ich hab's gesät und im Frühjahr geerntet werden früher gesät und im Sommer geerntet werden, okay okay okay, we cannot plant anything by now oh onions give me all the onions nice let's cook something ok so i i e i i i i i Das gibt's cooking skills. Let's start our crate giveaway. Microphone muted. Activated. Let's cook the carrots with the meat. Hello everyone, welcome. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Cooking, cooking, cooking. What are you doing? What are you doing? Okay. What are you doing? Let's bring back all the food. Food storage. Eischwitz-Soße, Haferschleim, Karotte, 86 Stück, Zwiebel. What are you doing? What are you doing? What are you doing? So much work to do. I need more people in the village. Erik, hello. What are you doing? I just harvested my fields. What are you doing? Thank you for the 20G fuel. Thank you, thank you. What are you doing? Yeah, predictions are for bots. The real users have more chances to win. What are you doing? What are you doing? There are your crates. So. We packen 50 Leinsamen here. We packen 50 Leinsamen here. We packen 50 Leinsamen here. Schalte. Musik 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 Take a loss K.S. Okay, stole Stick. What? Eh? ... ... ... ... Go, go, go! Faster! Go, go, go! Faster! ... Go, go, go! Faster! ... I bet we have no stones left. Yes, I'm right. So, this here. ... Let's grab some berries. To sell them. Okay, management. ... 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 Untertitelung. BR 2018 You're crafting. Go, go, go. At least they do something. You're crafting. Oops. You're crafting. What's hard to see stones here? There's a stone. There's a stone. There's a stone. There's a stone. Moa, moa, moa. Moa, moa, moa. It's really hard to see a stone. Let's collect some berries. You can sell them. Moa, moa, moa. Moa, moa. Another stone. Okay, let's craft some stuff. Moa, moa. 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 Musik 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 Damn, I should have eaten something. Okay, 503. 80 Dünger. 60... Hm. Okay. Holven, where are you? Hello. Ich habe den kleinen Konflikt meiner Mutter mit Gerogen Wiener Satt. Ihr Sohn Delebur wird meine kleine Schwester Olga nicht erleiden lassen. Okay. Ich verstehe, es ist für ihn nur ein Spiel. Schließlich habe ich in seinem Alter mit Du Bromira seine alten Schwester gespielt. Ich war ein Ritter mit einem Stock statt einem Schwert, aber ich habe ihre Ehre verteidigt, wie es jeder Ritter tut. Jedenfalls bist du ein Dummkopf. Ich glaube, er braucht etwas, was ihn beschäftigt. Liefere einen Stock. Das ist doch ein Witz, ey. Was sind denn das für ein Quests? Ein Stock liefern. 20 Meter. Halt! 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 Ich gehe zu schlafen. Minus fünffach. Geh doch weg. Halt! Bredrock! Danke für die Follower. Willkommen. 15 20 25 hochgegrindet I'm doing good, thanks for asking How are you doing? Lönes Wetter 67 Dang Okay Minus 2 Minus 2 Okay Minus 2 Minus 2 Minus 3 Minus 2 Minus zwei Was hast du denn schönes Weizenkorn? Über zehn Weizenkorn und 20 Romkorn. I have the feeling Windows has changed my settings again. Let's look. Aufnahme, Eigenschaften, Pegel, Fifty, okay. Fifty looks good. Dann können wir noch zehn Weizenkorn kaufen. Dann können wir noch zehn Weizenkorn. Klacks. Okay. Schönes Wetter haben wir nicht. Minus fünf. Okay. Minus fünf, na toll. Lombard. Minus fünf, wie originell. Okay, dann gehe ich wieder. Minus fünf, na tollen Weizenkorn. I need to go back, because I am starving. Food, food, we need food. And water. Oh, berries. Get ready. I need to go back, because I am all alone. Amen. We have all the berries. Nobody wants a crate. Okay, what have you done? Hmm. 35, 20, 25, 35. I don't know why it's me. I don't know why it's me. Okay, Dünger kommt hier rein. Horrenkorn kommt hier rein. Weizenkorn kommt hier rein. I don't know why it's me. 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 Okay, what we can unlock? I don't know why it's me. I don't know why it's me. I don't know why it's me. We need a lot of money. Okay. Achtrundholz. I don't know why it's me. I don't know why it's me. Where are my hammer? Hammer, hammer, you are here? Yes. Okay. I don't know why it's me. It must be placed on water. Aha. Okay. Makes sense. Stroh. No sticks. Dang. I need a lot of sticks. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 No problem, you are welcome. No problem, you are welcome. I need a bunch of sticks, okay, this should be enough. But more always better. No! No! My hammer! Craft our new hammer. Ah, there! Yeah. No! 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 Let's save, because this game's unquashes. Let's look where I can find some berries to sell. There he is! Nice! Let's go! 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 Give me all the sticks. Okay, where we can find another bush with berries. This looks like berries. Yes, it is. Give me all the berries. Nice. Holy shit, the rabbit scared me. Free money time. Grab this coat and redeem it. It is good for you. It is good for me. It is a win-win situation. So much berries here. It is good for you. It is good for you. It is good for you. This will get a bunch of money. It is good for you. It is good for you. It is good for you. Musik Almost overloaded Pockets full of berries Okay, let's head back I don't know where I am Mmm, 700 berries Nice Music 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 Whatever she is doing I have no idea Put foot Okay, the next plan is to get more people into the village Music 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 Oh Dolfiner. Minus. Was hast du? Minus. Du kannst sagen was du willst. Du hast nur Minus. Das ist doch zum Kotzen. 55 wieder Minus. 1% 1% 1% Magst du mich 700 Bären kaufen? Und noch einen Stock. 800. 800. Rad. Pushing net. 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% Geh! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, after one day. I need more stamina. Hey, leg den nicht schon wieder hin. Was bist denn du für Ena? Es ist Mittags. Wie beck ich dich, bis du aufstehst? Was ist denn du für ein Vogel, Mann? 175 Münzen, dann kaufen wir uns noch. Was? 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 Dann nehmen wir noch 50 Dünger mit. Nicht der Larm pennt. Was ist mitten am Tag? Okay, in the meantime we wait are doing something? Microphone muted. . . . Amen. This guy, it's the middle of the day and he sleeps. Dang. It's the middle of the day. Untertitelung. BR 2018 Wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up. Wake up, wake up. In der nächsten Zeit, wir gehen und Let's collect some things to there. One stone game, one stone, give me one stone. One stone. And there. One stone. One stone. One stone. One stone. One stone. One stone. Musik 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 Gabi Cleeby Hello welcome Hello princess Wake up Hmm And in the meantime I'm starving in the village I've never been to the village Music 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 Musik Musik And by the way guess the number game is still open if you want a crate go go Guess the number Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 What we can do here? 220 I need 250 So the lad Hello welcome Garby has won a great GG Let me look New profile You don't have my badge The first win gets the badge There GG 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 So GG 92 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, die Prinzessin ist aufwacht! Let me see where I can sell my spears. You need spears, I heard. Okay, 269. 269. 239. 239. 239. 249. 259. 249. 249. 249. 259. 259. 259. 269. 279. 279. 279. 279. 289. 289. 299. 299. 299. Time to chill and play games, thank you, thank you and hello Masonum, how are you doing? Dann ist Tanja, habe ich gesehen, nee Tanja nicht, Eisvogel, habe ich hier im Chat gesehen, hallo Eisvogel und Tatama noch, okay schauen wir mal, fortsetzen, warte auf den nächsten Sommer, willkommen Eisvogel, so jetzt habe ich den Typen endlich gequatscht, halb verhungert hier, erst mal wieder zurück und ein paar Fischernetze bauen, wieder fast eine halbe Stunde gequatscht am Telefon, gib den Leuten der Flitrate und die werden nicht fertig mit quatschen, so und wie geht es dir Eisvogel, habe da schön Among Us gespielt, bist auch verhungert, ich wurde schon mal von, was war das, ich glaube Wölfen zerfleischt, du spielst da morgen nicht, okay, ich wurde schon mal von Wölfen zerfleischt und einmal ist mir das Game auch abgestürzt, also ich kann empfehlen ab und zu mal wirklich F5 Taste hier zu drücken, speichern, weil wenn der Game crasht und du hast den Spielstand von der Stunde her, ein Wildschwein, okay, ja, darf ich vorstellen, das ist mein kleines Dorf, das sind alles von mir selbst gebaute Gebäude schon, ich habe zwei Einwohner in meinem Dorf, ich habe schon zwei Leute vollgequatscht, das eine Mädel geht immer sammeln und das andere Mädel habe ich jetzt hier zu der Näherei geschickt, ich habe hier so eine Näherei, das hier ist mein Nahrungsspeicher, hier ist in der Truhe mein Essen, ich habe ja schon Karotten, wievielten Jahr bist du, lass mal gucken, also meiner ist 19, ich glaube du fängst ja mit 18 an, also mein Rasse Mia ist 19, also ein Winter habe ich schon mal überlebt, oder fängt man mit 18 an, also ich spiele schon vier Tage glaube ich, erst mal gucken, ich weiß da gar nicht genau, wo haben wir das hier, YouTube, YouTube Studio, ich gucke mal gerade meine Uploads an, Videos, ähm, so, Beyond Two Souls habe ich am 21.09, am 24.09 habe ich Medieval Dynasty gezockt, warte mal, mach ich mal groß, ähm, wo haben wir hier die Bildschirmaufnahme, da, Control, Control, Beyond Two Souls, also hier ist das erste Mal gewesen, eins, zwei, drei, vier, fünf Tage und jetzt sind wir am sechsten Tag, zocken, und du siehst, den ersten Tag sind 3 Stunden 33, zweiter Tag sind 4 Stunden 6, letzter Tag sind 5 Stunden 36, 4 Stunden 32, 3 Stunden 23, ja, ich bin mit Beyond, äh, siehst ja, ich habe das in zwei Tagen durchgespielt, Beyond Two Souls, wie ist das hier, einmal 6 Stunden 20 und einmal 4 Stunden 17, also 10 Stunden zusammengerechnet, bin ich durch gewesen, hab die Welt gerettet, ja, das war okay, sag ich mal, ich glaube, ich habe das doch mit Rabatt gekauft, also ich habe jetzt noch nicht so viel Mega Geld bezahlt, weiß jetzt gar nicht, was ich dafür bezahlt habe, ob 5 Dollar oder was, oder so, mit den Rabattcodes, die Bildschirmaufnahme wieder aus, war okay, ja, so, was haben wir jetzt hier, ich wollte was essen, bevor ich hier verhungere, genau, ich habe nämlich schon Karotten angebaut, und wenn man Karotten hat, dann kann man hier, ich glaube, Eintopf, mit Karotten und Fleisch, genau, dann nimmst du nämlich normales, rohes Fleisch und Karotten und kannst das im Topf zusammen kochen und hast den Eintopf, so, Fleisch mit Soße, glaube ich, geht mit Zwiebeln, genau, Zwiebeln habe ich auch schon angebaut, wir nehmen mal zweimal Suppe raus, oder drei, und hier diesen breitblätterigen Wegericht, den habe ich immer in der Tasche, weil es mich irgendwas anfällt und anknabert, kann man sich damit ja heilen, ne, so, ja, gibt bessere Spiele als Beyond Two Souls, aber für die 4 Euro, die ich da bezahlt habe, trink mal ein bisschen Wasser, und ich habe auch einige Nächte durchgearbeitet hier, ne, so wurde jetzt nachts, das bin ich nicht gleich ins Bett gegangen, sondern habe einfach weitergemacht, weitergehackt, Holz gehackt und so, kann ich kein Netz bauen hier, wo kann man denn die Netze bauen, gerade hier, hier nicht, der auch nicht, ich habe sogar aus versehen hier so ein haus doppelt gebaut also normales wohnhaus weil habe ich mich vertan wollte ich glaube ich hier die scheune bauen und dann habe ich das wohnhaus gebaut oder müssten meine angestellten drinnen schlafen wo kann ich jetzt die netze bauen ich habe sogar schneisen gefunden und bären getötet die davor reisen miener um getigert sind und so ein stall habe ich auch schon gebaut aber ich kaufe mir erst irgendwelche küken wenn ich auch die nahrung dafür habe ich musste nahrung anbauen kann ich sowas denn hier bauen ah ja sechs leiden fahren zwei stöcker 15 in der tasche ok so Oh no! Ach, jetzt klingelt du bei dir das Telefon. Beim Zwiebeln kannst du nur einen bestimmten Zeitraum anbauen. Ich kann empfehlen, wenn du hier so eine einfache Tasche hast oder so, so einen Lederbeutel, wenn man den dann auswählt und mit rechts klickt, dann siehst du ja hier alles. Und das X bedeutet, du kannst das nicht anbauen. Also wenn man dann die Samen in der Tasche hat oder nicht in der Tasche hat. Denn Zwiebeln zum Beispiel, schreibt da ja, Zwiebeln sind bei verreitetem Gemüse. Sie wird zum Kochen von gehaltvollen Gerichten verwendet. Sie kann im Frühling gepflanzt und im Sommer geerntet werden. Also Zwiebeln kannst du nur im Frühjahr pflanzen. Und hier rote Beete zum Beispiel, die habe ich noch keine Samen von. Karotten werden im Frühjahr gepflanzt und im Herbst gesammelt. Oder im Winter gepflanzt und im Sommer gesammelt. Hier steht alles dabei. Also wenn man den Beutel auswählt und dann mit rechts klicken, dann sieht man hier Beutelmodus. Dann muss man mit anbauen. Ich weiß ja nicht, ob du das schon kennst. Na stehlen, nur wenn du nicht erwischt wirst. Und wenn du so hast, so ein gefügtes Feld zum Beispiel, dann muss man ja hier mit Beutelmodus auf Dünger gehen. Dann muss man einen Dünger streuen. Wenn der Dünger dann hier liegt, dann muss man mit einer Hacke einmal hacken. Und dann kommen die Samen rein. Aber wenn die Jahreszeit wechselt, dann ist dein Düngerfeld hinfällig. Also du musst direkt vor dem Pflanzen das mit dem Düngen machen. Ich hatte da auch schon mal Dünger reingemacht und dann einmal gehackt und so. Und bei vielen Feldern das gemacht. Und dann ist die Jahreszeit gewechselt und dann waren die mal wieder ungepflügt. Also dann war das weggeschmissen. Direkt bevor man pflanzt, macht man das mit dem Dünger. Den Dünger kriegst du gekauft im Dorf bei demjenigen Typen. Du warst ja hier oben so Norden, Westen und so. Und wenn du im Dorf bist, dann sieht man hier oben, wo hier das Haus ist. Da sieht man dann so eine Säcke. Das sind dann die Händler. Da guckst du dir dann mal um, wo der Händler ist. Und klapperst die alle mal ab. Und bei demjenigen Händler kriegst du Dünger gekauft. Ich warte jetzt auf die nächste Jahreszeit, dass ich hier was pflanzen kann. Zwiebels haben muss man kaufen. Den kriegst du auch beim Händler. Klauen kann man vielleicht auch, aber das kostet dich dann ansehen. Also hier Zwiebelsamen. Steht dann auch noch vorbei gewandert. Dann gemacht wird. Und wenn man Leinen braucht zum Beispiel. Du brauchst ja so einen oder Flax. Den Flax, den kriegt man auch gekauft. Allerdings ist da dann noch der Unterschied, wenn man denn so Flax, also nicht Flaxhalm, du kriegst Flax gekauft. Auch Flaxhalm, klar. Aus Flaxhalmen kriegt man so Leinenfaden gesponnen. Aus dem ursprünglichen Flax. Da musste in der Scheune mit dem Drescher draufhauen. Dann kriegst du aus dem Flax diese Leinensamen, die ich hier rumliegen habe. Hier mit diesen Leinensamen. Kann auf dem Dreschplatz in der Scheune hergestellt oder gekauft werden. Kann im Frühling gesät und im Sommer geerntet werden. Du benötigst einen Beutel für die Aussaat auf dem Feld. Weil du kriegst diese Leinensamen so direkt, glaube ich, gar nicht gekauft. Also ich habe die nicht gesehen. Ich habe mir dann den Flax gekauft und den dann am Dreschplatz gedroschen. Ja und Roggenkorn habe ich so das Gefühl. Das brauche ich denn als Nahrung für meine, falls ich jetzt Enten oder Küken oder sowas mir hole. Ich glaube Weizenkorn ist für das Tierfutter notwendig. Kannst du hier in der Scheune, kannst du Mehl malen. Aus Roggenkorn, aus Weizenkorn, aus Haferkorn. Und hier kann man dann so Crafting Tierfutter herstellen. Aus Weizenkorn und Stroh. Benutztiere. Und Lehmbewurf habe ich noch nicht freigeschalten. Und hier drischt man denn. Hier ist der Dreschbohnen. Hier kann man dann Flaxsamen aus Flax herstellen. Hier ist die Schmiede. Und da hinten irgendwo ist dann die, wie nennt sie sich gleich, die Eisenmine. Und davor kriechen immer ein paar Bären rum. Deswegen Dings hier mitnehmen. Speere mitnehmen. Und wenn aus weiter Entfernung auf den Bär werfen. Und möglichst schon den zweiten Speer auf den Bär werfen. Wenn er dann näher kommt. Der dritte Speer, wenn er noch nicht in Reichweite ist, möglichst den Kopf rein. Damit er dann langsamer wird. Dann kannst du auch ein Stück weg laufen wieder. Und dann wieder in den Kopf rein. Und dann fällt der Bär meistens um. Wenn man die zwei Bären erlegt hat. Dann kann man in die Mine gehen. Und die Mineralien abbauen. Da kriegst du dann Eisen und Salz. Man könnte dann gepökeltes Fleisch herstellen. Aber ich habe erstmal nur Eisen mitgenommen. Nur Eisenbrauch. Im Lager hier. Im Rohstofflager kann man dann alles reinlegen. Da greifen dann noch die NPCs drauf zu. Dann lege ich mal die Stöcker rein. Und die langen Balken. Die kann man dann hier auch hinschmeißen. Die Rundhölzer. Haben die schon Brennholz rausgenommen. Echt ja. Die haben schon mit Brennholz alles verbraucht. Krass. Brauchen wir mal Brennholz ein bisschen. Ich finde das gar nicht so schlecht. Dass das Spiel so ein bisschen komplexer ist. Weil dann hat man auch immer neue Sachen zu entdecken. Und hat ein Ziel. Als nächstes und so. Wäre ja langweilig wenn man das dann 3-4 Tage gleich durchspielen kann. Hier unten links siehst du, dass ich hafnungslos überladen bin. Also ich kann gerade momentan überhaupt nicht laufen. Oder? Ne. Ich kann nicht laufen. Wir mit Hecks kann man Sachen ablegen. Wir werfen erstmal die Hälfte des Brennholzes hier einfach um Boden. Und schleichen wir uns vorsichtig dahin. Und zum Beispiel ich habe mir so ein Tutorial aufgerufen wo die Eisenmine ist. Weil sonst hätte es ewig gesucht. Hier haben wir ein Brennholz. Das heißt andere Leute können dann darauf auch zugreifen. Die Dorfbewohner. Und Brennholz. Da liegt erstmal schon 47 Brennholz hier drin. Stecker brauchen sie auch. Um irgendwas zu reparieren. Schauen wir mal ein paar Stöcker sammeln. Das schöne ist man kriegt immer so zwei bis drei Stöcker wenn man so einen Ahornzweig sammelt. Oder Birkenzweig. Oder halt wenn man Bäume fällt. Kriegt man ja auch Stöcker raus. Dann schleichen wir mal zurück. Schon wieder überladen weil ich noch den Dünger in der Tasche habe. War natürlich ein Fehler den Dünger jetzt nicht auszupacken. Ich habe schon extra ein Skill gelernt wo ich 5 Kilo mehr schleppen kann. Weil das hilft echt wenn du zur Mine gehst und Eisen holst. Wenn du 5 Kilo mehr schleppen kannst. Es gibt ja noch immer so ein Gebäude wo alle darauf zugreifen wie diese Ressourcenlager oder das Essenlager. wo ich vorhin war und den Eintopf eingepackt habe. Da greifen alle drauf zu. So Rundholz. Rundholz kann man dann nämlich hier lagern. Da geht man dann hier so hin. Macht Inventory auf. Klickt das Rundholz an. Sagt X. Abwerfen. Hier Stück. Akzeptieren. Dann läuft er das hier so hin. So und packen wir noch den Dünger weg. Den lagere ich zum Beispiel mal hier. Da liegt dann auch die Hacke und die Sense drin. Die Sense hat 600 Gold gekostet. Ohne die kannst du nicht ernten. Außer Mauerrüben oder so. Karotten kann man ernten und Zwiebeln auch. Aber für die Körner hier brauchst du eine Sense. Und für Leinen dann auch eine Sense. Warum habe ich noch 33 Dünger in der Tasche? Ach jetzt nicht, das passt nicht mehr rein. Nicht genug Platz. Jetzt haben wir ein Problem. Den Rest tue ich mal in die Scheune. So. Jetzt haben wir ein Geld. 269. Wir forschen mal den Lattenzaun. Und ein Stück dafür. Okay. Congratulations. Glückwunsch! Sie sind großartig! GG! Eines habe ich gelernt, so eine Rundhölzer, davon kann man nie genug haben, weil jedes Gebäude kostet diese Rundhölzer. Deswegen gehe ich jetzt, wo ich eigentlich Stöcker brauche, trotzdem auf normale Rundholzjagd. Davon kann man nie genug haben, da wird Brennholz draus gemacht, da wird alles mögliche draus gemacht. Jetzt habe ich 29 Kilo. Dann können wir noch einen Baum fällen. Zu Anfang kannst du gerade so zwei Bäume, glaube ich, fällen. Dann bist du schon an deinem Gewichtslimit. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst, die Alt-Taste. Wenn man Alt drückt und kurz festhält, dann sieht man halt, wenn man Sachen irgendwo hingelegt hat, und man die auch wiederfindet, kostet aber Stamina, wenn du die gedrückt hältst. So... 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 Wie sagt man, weiß ja denn nie, wie weit derjenige andere das schon ausprobiert hat, alles Ist da schon was in den Fischernetzen Oh, da sind Fische Cool Kann ich die noch braten, gebratener Fisch Super Wenn du mehrere Sachen hintereinander machen willst, musst du eher drücken Was geht denn auch So wie ich jetzt 5 Fische hintereinander Muss man hier raufhalten und in R drücken und dann kann man noch ein Stack machen Gebratener Fisch Gut, haben wir 31 Stöcker Das würde nicht weit reichen Gebratener Fisch Gebratener Fisch Gebratener Fisch Gebratener Fisch Gebratener Fisch Gebratener Fisch Keine Stöcker mehr Keine Stöcker mehr Keine Stöcker mehr und wenn dann geld kommen willst am besten mit bären sammeln die verkaufen die bären oder so steinmesser bauen in massen und in verkaufen dann kommt man noch ein bisschen an geld am anfang kind schade hatte da kein steinmesser du kannst doch hier so eine steinmesser steinern ist enthäutungsmesser bauen fünf stöcker und zwei steine brauchst dafür davon brauchst du dann ein bisschen 20 stück oder so und dann hast du auch erstmal ein bisschen kohle nach dem verkauf von den steinmessern hier verkaufst du und wenn nicht dann ziehst du noch mal los und sammelst zeug um steinmesser zu bauen zu anfang dann kriegt man schnell viel kohle zusammen bei bären bringen jetzt nicht so viel sattheit für dich selber wenn du dir ist und so aber du kriegst pro bäre ein geldstück und wenn du 100 bären gesammelt hast dann hast du 100 geldstücke das klappert ganz gut so dann haben wir hier noch den ahrenzweig und dann kommt noch mal ein lattenzaun ein an also wie sex hier in hier ich Untertitelung des ZDF, 2020 So, bereite schon mal vor, dass ich dann irgendwann hier Hühner und so halten kann. Weiß nicht, ob das jetzt alles bloß Optik ist, oder... Jetzt ist mein Hammer kaputt, oder ob ich den Zaun wirklich brauche. Jetzt müssen wir mal einen neuen Hammer bauen. Zwei Rundholz. Und auch immer mal daran denken, dass man den R5 drückt, weil das Spiel hat kein Autosave. Nur wenn du schlafen gehst und wenn man Nächte durcharbeitet, dann geht man selten schlafen. Das reicht schon wieder, ne? Schon wieder keine Zweige. Hallo, Tanja. Wie geht's? Wie steht's? Das habe ich gelesen, hast du hier sehen? Mein Chat ist jetzt auch auf dem Monitor, wo ich spiele. Ja, auch gut. Kann heute ein bisschen länger machen, aber dafür kann ich morgen nicht wirklich streamen, weil ich so eine schlechte Schicht habe mit Arbeiten. Das lohnt sich denn überhaupt nicht. Ich brauche hier auch erst 20 Uhr Feierabend und wäre erst 20.30 Uhr zu Hause. Aber sonst... Alles gut. Man kommt voran im Spiel. Kommen wieder zwei Dorfbewohner. Ne, siehst du ja. Gleich hier sehen. Irgendwie funktioniert der Chat-Bridge-Bot auch. Also, natürlich nutzlos gewesen in dem Moment, wo ich den Chat übergeholt habe. Jetzt wird da in dem anderen Chat auch aufgeführt. Aber steckst nicht drin, ne? Ich muss mir die Stamina auffüllen lassen. 90 Stöcke. Mal sehen, wie weit ich damit komme. Ja, ich hoffe doch auch. Und hat da auch wieder alles mit funktioniert. Dann haben die Viecher hier schon ein bisschen Auslauf. Also, jetzt haben wir ein Geld. 19. 90. So Was machen wir? Was machen wir? Man sieht überhaupt nicht, was die macht. Detailsanzeigen. Nein, ich möchte die nicht aus dem Dorf entfernen. Was ist das denn hier? Alter, hau ab hier. Lass mich in Ruhe, du komische Programm. Schließen. Quatsch mich bloß nicht wieder voll. So. Jetzt sind gut. Gut. Hat sich doch das irgendwie hier das BlueStacks gemeldet. Der Android-Emulator. Ob ich nicht am Morgen hast zocken will. Nein. Was ist jetzt hier? Will das nicht starten, das Programm? Oder warte, da kommt das. Okay. Okay. Warte kurz auch. Dann habe ich aufs Discord doch noch ein Span gekriegt. Warte zu Penner. Blockieren. Laden. Fatal Error. Crasht gleich nochmal. Na super. Nochmal. Nochmal. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Also jetzt habe ich nicht ganz so viel verloren an Progress. Also jetzt habe ich nicht ganz so viel verloren an Progress. Laden. 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 Mal. 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 Wie oft passiert hat mir, so in einer Spielsession von vier Stunden, sage ich mal, vielleicht dreimal ungefähr. Also deswegen sagte ich auch immer, möglichst speichern. Das ist dann schon wichtig irgendwie. Ja, ja, richtig. Deswegen kann ich immer nur empfehlen, speichern, 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 weil wenn du denn eine halbe Stunde oder mehr Progress weg ist, das ist dann kacke richtig. Wenn du halt ja neu machen musst, was du denn gemacht hast. So, ich setze sie jetzt gleich mal zum Fischer. So, jetzt habe ich hier mein, mein, ist ja mein Zaun ist noch nicht fertig. Alles, was ich gemacht habe, bevor ich, nachdem ich gespeichert habe. Vielleicht nur bloß zweimal oder einmal, aber auf jeden Fall zu oft, kann ich dir sagen, weil das ist ein bisschen ärgerlich, so wie jetzt. Das waren vielleicht zehn Minuten. Zehn Minuten kann man noch verkraften. Das erste Mal, obwohl das Spiel abgestürzt ist, hatte ich eine Stunde, eine ganze Stunde Spielprogress war weg und das hat natürlich mich sofort angebrochen. Das, das musste nicht unbedingt haben. War, glaube ich, am ersten Tag und da seitdem immer zwischenspeichern, F5, wenn du mal wieder was gemacht hast und dran denkst, F5. Das ist sowieso enorm wichtig, dass das eigentlich mit auf die Liste sollte, da das beim nächsten Patch mit reinkommt und Autosafen oder so, dass da alle zehn Minuten Autosafen macht oder irgendwie. Ich kriege dann einfach eine Anzeige, da steht Anvil 4, Fatal Error und wenn ich dann OK klicke, dann ist es weg. Viel aus. Das hatte ich jetzt kurz nach dem Neustart sogar auch gleich, dass ich nochmal neu starten musste. Also, ich war noch nicht mal im Spiel. Das hat nochmal gecrasht. Ist halt Early Access. Du kannst nicht erwarten, was völlig Fertige zu bekommen. Ist halt noch in Entwicklung das Spiel und man weiß, woran das liegt. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, da das ein Memory-Leak ist oder so. Weil... Memory-Leak würde sich denn bemerkbar machen, wenn ich 32 GB voll habe. Das ist eine Ecke hin. Er liegt denn irgendwo an den internen Spielabläufen, dass er da dann crasht. Also, ich denke nicht, dass er da am Speicher liegt. Weil ich habe ja hier noch locker 16 GB frei. Ich habe jetzt gerade mal 16 GB weiter in Benutzung. Ja. Die GPU freut sich momentan auch bei 30 Prozent. Könnte ich eigentlich mehr Grafik einstellen. Bildschirmaufnahme wieder aus. Ja, trotzdem wäre irgendwie ein Autosave gar nicht schlecht, weil sonst speichert er nur, wenn du in deinem am Feuer schlafen gehst oder wenn du in deinem Bett schlafen gehst. Mach dein Autosave. Das ist zu wenig. Gerade zu Anfang kann man, wenn man die Nacht durcharbeitet und Holz hackt und so, wenn jetzt nicht gerade Wölfe hier rumstreifen, dann kann man viel Zeit rausholen noch. Bei jedem Abend, wenn er dunkel wird, kann es gar nicht schlafen gehen, weil man zeigt da an, jetzt noch einen Cooldown. Mir fallen die Augen zu, 20.30 Uhr. Denn gute Nacht, muss ich sagen. Oh dich hin, schlaf dich mal ordentlich aus. Ich mach heute ein bisschen länger. Ja und zwar lohnt YouTube, ne? Fast letzte Nacht nicht hier schlafen. Zur Not kannst du hier YouTube, ne? Da lade ich alles hoch, was ich habe. Also, falls du irgendwas weiter gucken willst, da ist alles gelistet. Falls dich die Langeweile quält. Dann schlaf dich mal ordentlich aus. So, gespeichert habe ich. Was machst du hier? Hä, hä, hä? Ich habe Arbeit für dich. Du bist im Jagen richtig schlecht, ne? Ja, nicht dafür. Ich bin dankbar, wenn du da mal reinschaust, ne? So, Fischer. Die ist beim Schmieden richtig gut. Ja, danke, dass du hier warst. Reingehauen. Winke, winke und so. Lassen wir sie mit Handwerken, mit dem 5-Skill hier. 6-Skill hier. Die könnte sogar hier... Los, komm. Da. Geh. Geh. Was ist nicht? Hier hängt er fest. Geh. Geh. Geh doch nicht ein. Haus ab? Ist zurück? Was geht hier da wie da hin? können wir hier aufrüsten leben beruf ok haben wir nicht wir müssen trinken uns verrecken wir hier ein Musik Ebo Pro, hello, welcome Where is it going? Where is it going? Let's grill the fish Maybe someone needs a coin buff Coins I start a coin giveaway No, I don't give you moderator Because I don't know you Oh Da ist Dünger drin. Eisen, die kommt da nicht raus. Die hängt da immer noch fest. Damn. Chefs won Coins, EG. 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 Wie ist das? ... Wie ist das? Wie ist das? Go, go, go. No, go away. Why? Why? Go away. Why? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Let's try to recruit new people Maybe she dies on starving when she is stuck between the buildings Let's try to recruit new people No idea New people What? I have no place Let's try to recruit new people Let's try to recruit new people Let's try to recruit new people Okay. Three possible new people. Wer? Wer? Wer sind Sie? Wer? 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 Okay. Tum-tum-tum-tum-tum. Okay, now we do a coin buff giveaway. Hello. Second message. Potato bot. Okay. 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 Freude Limit überschritten. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt. Ernsthaft jetzt. Meissen Dom, GG. Pfund. Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Pfund. Pfund, Pfund. Pfund, Pfund. Was müssen wir tun? 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 Wir haben jetzt Herbst. Brocken können wir mitnehmen, wird im Herbst gesät. Und im Bauch. 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 Okay, Hacke ist kaputt. Was kostet eine neue Hacke? Ein Rundholz, zehn Stecker. Zwei, vier. Nichts, acht. Ein Rundholz. Safe. Ein Rundholz. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 New level, yeah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Okay, Stroh Das Stroh können wir ja hier drinnen lagern Musik Okay, Let's Musik 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 Was ist das? Ich habe doch immer die gekräftet haben hier. So, die Sente und die Hacke, die kann ich da noch ablegen. Sente, die Hacke. So, die Sente und die Hacke. So, die Sente und die Hacke. So, die Sente und die Hacke. Okay, ich bin noch geschleimt. Ich frage die andere eigentlich. Das Fischer. Okay. Ich gehe die hier links rum. Drei Fisch, okay. Ich frage die Hacke. Ich frage die Hacke. Ich frage die Hacke. Ich frage die Hacke. Immer los. 13%. Hast du denn schon Tierfutter geholt? Ich frage die Hacke. Ich frage die Hacke. Musik Musik Okay Musik Bonus noch einen Hammer Zwischendurch mal speichern 8, 4, 12 Nehmen wir die 4 Gegen 3 wieder weg Musik Also die Fischerhütte ist irgendwie nicht so wützlich Guck 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 Das ist es Vielen Dank. Oh, jetzt haben wir das Gebäudelimit garantiert nicht mehr, denn 8 Rundholz. Nehmen wir die. Die Money Time. 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 Nein! Mein Hammer! Mein Hammer! Let's do a great giveaway. Let's do a great giveaway. 31 Let's craft a new hammer. Let's have a good one. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Cut it. Let's do it. Das war's. Das war's. Das hat die Nacktüte abgerissen. Das war's. 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 Two stones. One, two. Das war's. 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 Okay, management. Okay, management. Okay, management. Okay, management. Okay, management. Ein Holzschuppen. Okay, management. Okay, management. Okay, management. Let's lock. Okay, management. 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 Das ist die Schuens hier. Management. 570 Steuern. 16 Gebäude kann ich jetzt schon, okay? Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ok Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, ok 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 Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok 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 Ok